Nein, Alter! So eine Scheiße, dieses Spiel! Ich fick dieses Drecksspiel, Alter! Mann! Du Idiot, da ist Leben! Mann, Alter! Wie kann das sein, ey? Fickt euch ins Knie! Aber wirklich so! Hi, Burad! Ah! Ah! Nein! 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 Zwei Leben! Zwei Leben! Zwei Leben! 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 Steig durch, du Mistgeburt, Alter! Mann! Du Idiot, da ist Leben! Was sind das denn für Geräusche? Wen wollen die ins Ohr ficken, Alter? Oh! Willkommen zu Shown Town Island! Juckt mich nicht, wo ich gerade bin! Lass mich einfach raus aus dem scheiß Boot hier! Nein! Ey! Warum ist die Kamera so nah ran gesucht, Alter? Warum ist die Kamera so nah? Ey, die Kamera regt mich gerade so auf! Warum ist die so nah dran, Mann? Das kolumbianische Kartell ist da! Ja, super! Das kolumbianische Kartell ist da! Beste Leben! Alle überfahren schnell! Nein! Mann, Alter! Wie kann das sein, ey? Also, willst du mir sagen, dass diese Brücke hier gesperrt ist? Können wir die Eier lecken? Ich fahr trotzdem über die Brücke! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch echt nicht wahr! Nein! Nein! Ich fick dieses Drecksspiel, Alter! Oh! Die Drecksalarmanlage, Alter! Reicht doch jetzt, Mann! Diese Alarmanlage! Hallo! Oh nein, Digga! Jetzt soll ich mit dem Flugzeug hier fliegen! Das kann was werden! Was ist das für ein scheiß Flugzeug? Hebe doch ab, Mann! Hallo! Ey! Der hebt nicht ab! Der hebt nicht ab! Was ist das für eine Scheiße? Warum hebt der denn nicht ab, Alter? Geh doch hoch! Ey, was ist das für ein Scheißgerät, Leute? Was muss ich denn hier machen, Mann? Nein, nein! Nein, nein, Alter! So eine Scheiße, dieses Spiel! Leute, sagt mir, warum schreibt die Kuh gerade so? Und warum kann man nicht auf der Karte diesen Drecks-Ammonation-Shop sehen? Wo man seine Waffen kaufen kann? Denken die, ich weiß auswendig, wo dieser Drecks-Shop ist, oder was? Ich mache jetzt noch einmal diese Air-Mission. Wenn die nicht klappt, ich schwöre auf alles, was mir lieb und heilig ist. Ich höre heute auf. Ich nehme seit einer Stunde auf! Eine Stunde! So ein Dreckspiel, Alter! Dieser Toiletten-Typ hier, der kann mir die Eier lecken. Hey, Borat! Hey, Borat! Hey, Borat! Hier, Borat! Hier! Ich check nicht, was die von mir wollen. Ich kann nicht über die Brücke, wo soll ich denn sonst lang, Mann? Mann, ich muss von der einen Insel zur anderen zurückfahren. Ey, wenn ich jetzt draufgehe, ne? Ohne Witz, das ist sowieso die letzte Mission für heute. Ich raste sonst komplett aus, Digga. Jetzt sind wir hier in irgendeiner Scheiß-Garage, wo wir Waffen abholen müssen. Ja. Können die Waffen sich in den Arsch decken? So, jetzt können die mir mal alle die Eier lecken, denn wir haben ja jetzt auch schöne Waffen am Start. Jetzt haben wir Bazooka-Scharmuta. Mit Scharmuta-Bazooka ballern wir jetzt rein. Ohne Witz, ich habe noch nie so eine Scheiß-Zielkacke gesehen. Was ist das für ein Drecks-Glückzeug, dass man nicht mal fliegen kann? Pain-Lavitik-Lantik. Bei Unternehmen war Lantik. Weck meinen Arsch noch, Alantik-Mantik. Halt deine Fresse. Hast du gerade so, wer hat gerade so geschrien, Digga? Wer hat gerade so geschrien von euch? Ich schwöre es dir, ich glaube, die war das, ne? Und jetzt tu die so, als wäre nix. Jetzt tu die so, als wäre nix. Guck mal, die guckt so online. Hier, Alter. Fickt euch ins Knie. Aber wirklich, so. Leute, das war's von dieser Let's Play hier. Oder diese Oma mit den Tüten, ne? Ey, die ist zu krass. Die fährt sogar mit diesen Tüten-Auto. Die hält dir sogar am Lenkrad fest. Herzlich willkommen zur nächsten GTA-Folge an dieser Stelle. Heute gibt's kein Was geht ab oder sonst was. Meine Laune bei diesem Spiel ist einfach... Ihr könnt es nicht in Worte... Also, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich bin so aggressiv. Weil wer da angerast kommt, der Rille-Peter... Der Uzi ist da so geil, weil die zieht automatisch zu den Gegnern. Der Kolumbianische hier. Der Kolumbianische Penis. Was zur Hölle? Ey, ey. Ey, Bruder, der zielt, ne? Wie ne tote Mücke. Wie ne Mücke schießt der. Fuck, locker sind hier noch 20 Stück von denen. Die beleidigen mich die ganze Zeit, ne? The Big... Sag nochmal. Bruder, nochmal. Jetzt. The Big... Nein. The Big... Yeah, you big... Nochmal. There's no problem to kill you, shoot you in the face, man. But he seems to want it badly. Guck mal in den Doktor, Alter, das ist die Beste. Boah, die Typen, was ist das denn? Mehr Pussi. Oh, Harry, bring den einfach um. Ja, Bruder, die Spider-Man. Das ist doch die, die auf große Dildos stehen. Oh, oh, die sind ausgestiegen, ne? Es ist dir nicht gelungen, da ist Kinderkommando in die Jafusa-Falle. Really? Behindertenmission, da bin ich mal gespannt, Alter. Da fahren wir jetzt hin, bis gleich. Das ist so krass, ich kann nicht aufsteigen. Ich sag bis gleich... Das ist so krass, Alter, dieses Spiel, ne? Dieses Spiel, Alter. Ich schmeiß gleich Controller gegen die Wand. Ey. Ich sehe einfach nicht, dass diese scheiß Brücke unten ist. Ich glaube es nicht, Alter, Mann. Guckt euch mal an, wie sich unser Hauptcharakter gerade freut, dass die nächste Folge online geht. Was ist denn los mit... Die schlägt den immer noch, seit 10 Folgen schlägt die den. Ja, super, jetzt kommen noch die Bullen auf mich. Ja. Warte mal. Wie wurde ich da gerade verhaftet? Haftet, habt ihr das gesehen? Ey, dieses Spiel, ne? Ich schwör's dir, Alter, das ist echt nicht normal, Leute. Mann, gib mir doch verficktes Auto, Alter. Hi, Burad. Komm, sag's. Also, das ist eine unmögliche Mission, Leute. Ohne Witz, ey. Was machen die da? Ey, diese Macher gehen mir so auf den Sack, Leute. Bin ich ganz ehrlich, Mann. Das ist doch nicht deren Ernst. Wo soll ich denn jetzt diese scheiß neuen Stellen finden? Ne, Mann, da bin ich raus. Ich bin safe raus, Leute. Also, können wir dich am Arsch lecken, Digga. Ohne Witz. Noch nicht erlebt, Digga. Noch nicht erlebt. Hier. Also, fickt euch ins Knie, dieses Spiel. Hey, stopp. Nein. Surprise, motherfucker. Oh mein Gott. Woher kommt der denn her? Nein. 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 Ich hab jetzt sieben Minuten meines Lebens hier verschwendet, Alter. Ich schwör's dir, es ist gerade so ein Moment, wo ich mir gerade denke, ey, mach jetzt Pause. Hör auf für diese heutigen Folge, Digga. Ich hab jetzt umsonst dieses Video geguckt und diese Sachen rausgesucht, wo die waren, Alter. Ey, ich schwör's dir, Alter. Ich mach hier gleich alles kaputt, Alter. Ich mach hier gleich alles kaputt, Alter. Das ist nicht wahr, Mann. Das ist nicht wahr, Mann. Ich komme aus Barcelona wieder, bin total im Arsch, will eine vernünftige, gechillte Folge aufnehmen. Was eine Bastard-Mission. Ey, woher kommen die denn auf einmal alle her und ballern auf mich, ey? Geheimagenten, alle kommen auf einmal. Ey, fick dich. Ich schwör's dir, ich brech gleich ab, Leute. Ohne Witz. Klar, Bruder. Habt ihr das gesehen? Mein Wagen explodiert, aber die Scheiße steht hier immer noch. Ist das ein Uhren, so ein Auto, Alter. Was ein Bastard-Auto, ey. Ich raste gleich komplett aus. Immer kommen irgendwelche Bastarde und ballern auf mein Auto. Guckt euch das an, Mann. Hier. Die ganze Zeit kommen irgendwelche Hunde und ballern auf mein Auto, Mann. Jetzt kommt noch die Polizei, obwohl ich nix gemacht habe. Ich hab nix gemacht. Ey, das ist zu krass, ne? Super. Nein. Alter. Das ist nicht wahr. Ja, nur noch zwei Minuten Zeit. Ja, ganze Polizei. Ja, alle kommen. Ja. Ist mir scheißegal, Leute. Das war's jetzt an dieser Stelle von heutigen Episode. Es gab noch nie so einen Abbruch wie heute. Heute gibt es ihn. Ich bin grad wirklich am Ende. Ich bin grad kurz davor, irgendwas so krass kaputt zu machen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Seht ihr es mir an, wie wutgeladen ich bin. Ich weiß nicht, ich schlag gleich mein Bildchen ein. Ich schlag gleich diesen Typen in die Fresse, Alter. Ohne Witz. Ey, ich bin da so auf 180. Das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen, ne? Ich flipp gleich komplett aus, Mann. Ich nehm ungelogen. Hier kann ich euch gern Zeit. Eine Stunde, 15 Minuten auf, Alter. Und das Video geht jetzt locker safe. 15 Minuten. Und ich seh wieder Kommentare. Ey, ey, nee. Warum macht ihr die Folgen so kurz? Darum, Alter. Weil ich zwei Stunden immer umsonst hier sitze wie ein Bastard. Und die Scheiße aufnehmen. Und immer alles daneben geht. Dieses Dreckspiel, Alter. Diese Mission werde ich... Zeig ich euch in der nächsten Folge nur kurz. Ich werd mir da schön Zeit lassen. In Ruhe das nochmal versuchen. Aber heute geht's nicht mehr. Ich bin auch am Sonntag im Urlaub. Das heißt, ich muss vorproduzieren. Ja! Ich freu mich richtig drauf. GTA, Aston, Andreas. GTA 3, die Scheiße vorzuproduzieren. Freu ich mich richtig drauf. 100 Prozent. Ja. Ich kann schön vier Folgen vorproduzieren. Das wird doch geil. Oder soll ich noch mehr machen? Soll ich noch mehr machen? Ja? Scheiß Spiel, Alter. Leute, haut rein, Mann. Es tut mir leid. Ich bin gerade... Mit meinen Nerven am Ende. Mit meinen Nerven am Ende. Haut rein, Leute. Es tut mir leid, Mann. Ciao.